Wir haben mit chinesischen Studierenden zusammengearbeitet in unserem Projekt. Wir haben im chinesischen Markt gearbeitet. Und zwar haben wir für die ABB im chinesischen Markt ein Service-Konzept für ein Erregungssystem erarbeitet. In der Vergangenheit gab es der chinesische Markt die Service-Mentalität nicht. Man hat einfach Dinge ersetzt, wenn etwas kaputt gegangen ist. Und da findet jetzt ein Wandel im Denken statt bei den Chinesen. Und diese Chancen muss jetzt die ABB nutzen. Und da haben wir Vorschläge gemacht, wie sie diese Chancen nutzen können, damit sie das Potenzial ausschöpfen können. Erstens mal durch die Räumlich-Distanz ist es schon relativ schwierig, vor allem am Anfang, wenn man sich nicht kennt. Aber nachdem wir uns kennengelernt haben, hat es sich enorm gut entwickelt. Wir haben sich gute Freundschaften entwickelt. Wir konnten auch über ganz andere Sachen sprechen als über das Projekt am Schluss. Zum Beispiel sogar über politische Systeme, wo man sonst gar nicht sprechen sollte. Wir waren im Bundeshaus in Bern. Wir haben den chinesischen Schweizer System erklärt. Wir haben mit ihnen über das chinesische System diskutiert. Und da standen sehr interessante Gespräche. Für mich war die chinesische Arbeitsmentalität enorm eindrücklich. Das heisst, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben am Sonntagabend noch dreimal am Abend am 9 Uhr anrufen können. Und noch nach Informationen fragen. Und ich glaube, das wäre in der Schweiz wahrscheinlich nicht möglich. In erster Linie ist es für mich wichtig, dass die Kundschaft die Ergebnisse, die wir erarbeiten können, nutzen und auch zufrieden ist. Und das haben wir wirklich erreicht. Und die Anerkennung, die wir von der Kundschaft bekommen haben, ist mir enorm viel wert. Und dass wir jetzt auch noch von ausserhalb des Projekts die Anerkennung mit dieser Nominierung bekommen, macht uns stolz. Und wir freuen uns auf den Young Leader Award.